Ich denke, nach Raúl in Schalke sind viele Spanier gekommen und ich habe Kontakt mit vielen spanischen Fußballern und alle sind sehr glücklich. Ich denke, wegen der Organisation, der Fans, des Stadions, das ist eine wichtige Sache für einen Spieler. Die spanischen Fans zeigen mehr und mehr Bundesliga und nach der WM wollen alle in der Bundesliga spielen. Das ist für mich eine der besten Ligas der Welt mit Premier League vielleicht und das ist gut. Ich denke, im nächsten Jahr wird es mehr und mehr Stärke sein. Ich bin glücklich hier, weil es für mich nicht schwer ist, hier zu leben. Ich mache das Essen, die Leute, sie haben viel Respekt für die Fußballer und du kannst auch normal in die Straße gehen und das ist sehr gut für mich. Hier, wenn wir auswärts spielen, kommen sieben, acht tausend Fans von uns. Das Stadion ist immer voll, Pokal, Bundesliga, Europapokal und das ist cool für einen Spieler. Du kommst ins Stadion und alles ist voll, da ist ein gutes Gefühl. Und ja, in Spanien vielleicht ist die Zeit nicht so gut, sie spielen 9 Uhr, 10 Uhr abends. Klar, für ein Kind zum Beispiel ist das nicht so gut. Ich sage immer zu meinen spanischen Freunden, sie müssen alle hier kommen und die Bundesliga probieren.